Moin! Willkommen in Hamburg am Bahnhof Hasselbrook. Hier gibt es zwei Bahnsteige, einen für die S-Bahnen der Linie S1 und S11 und einen für die Regionalzüge. Es halten vor allem die Züge der Regionalbahn RB 81 nach Ahrensburg und Bad Oldesloe sowie einzelne Regionalexpress-Züge. Das Hauptzugangsgebäude ist die graue Brückenkonstruktion mit den beiden Treppen, das im Hintergrund zu sehen ist. Der S-Bahnsteig hat noch einen zweiten Zugang von der Hasselbrookstraße, links unter dem Bahnsteigdach zu sehen. Wenn hier eines Tages die S-Bahn S4 fahren wird, wird sich im Bahnsteigbereich vielleicht nicht viel ändern. Die Ausfädelung der neuen S-Bahn-Gleise nach Ahrensburg wird nämlich unmittelbar hinter dem grauen Zugangsbauwerk gebaut. Ich werde das Video jetzt nicht weiter kommentieren, sondern wünsche Euch viel Spaß beim Anschauen. Die S-Bahn-Gleise nach Ahrensburg 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020